Der ECHO-Klassik ist ein deutscher Musikpreis für Persönlichkeiten und Produktionen aus dem Bereich der klassischen Musik. Der ECHO-Klassik ist der zweitälteste von drei ECHO-Preisen und wird von der Deutschen Phono-Akademie seit 1994 jährlich vergeben. 2013 fand die 20. Verleihung statt. 2014 wurden Preise in 22 Kategorien vergeben. Neben dem ECHO-Klassik gibt es noch den ECHO-Pop und ECHO-Jazz. Beschreibung Das wesentliche Ziel des ECHO-Klassik ist es, nicht nur Weltstars für ihre musikalischen Leistungen auszuzeichnen, sondern auch herausragende junge Talente mit der Auszeichnung zu fördern. Der ECHO-Klassik wird von einer Jury vergeben, die ihr Urteil nach künstlerischer Qualität als auch nach Publikums Erfolg fällt. Die Vergabe des ECHO-Klassik spiegelt damit nicht nur die Meinung von Kritikern wider, sondern auch die Wertschätzung durch Musikverkäufe. Die ECHO-Klassik-Preisträger werden von einer Jury ermittelt, die sich aus dem Arbeitskreis Klassik des Bundesverbandes Musikindustrie unabhängigen Branchen-Experten und der ZDF-Musikredaktion zusammensetzt. Seit 2001 erscheint jährlich, kurze Zeit nach jeder ECHO-Klassik-Verleihung, die Best-of-Klassik-Kompilation mit Gewinnern und Nominierten der jährlichen Verleihung. Seit 2009 erscheint jährlich ein ECHO-Klassik-Magazin mit Hintergründen, Stories, Interviews und Berichten rund um den ECHO-Klassik. Das Magazin ist digital auf der Homepage des ECHO-Klassik zu finden. Einreichungsregularien Grundlage für die Einreichung sind Tonträger für Öffentlichungen eines Künstlers aus dem Genre Klassik. Ob der Tonträger dem Genre Klassik zuzuordnen ist, entscheidet die Einordnung in der PHONONET-Datenbank. Zur Einreichung berechtigt sind alle Tonträgerhersteller, deren Tonträger ständig im deutschen Markt vertrieben werden und die entsprechenden Vertriebsrechte an den Tonträgeraufnahmen der Künstler besitzen. Für die Preisvergabe sind unabhängig von ihrer Nationalität alle Künstler der klassischen Musik qualifiziert, die zum Zeitpunkt der Einreichung im Musikleben und am Tonträgermarkt tätig sind. Der Einreichungszeitraum fällt auf den März jenen Jahres. Der Bewertungszeitraum fällt vom Jahresanfang des abgelaufenen Kalenderjahres bis zum Einreichungszeitraum des aktuellen Jahres. Die Tonträger müssen im Bewertungszeitraum erstmals veröffentlichte Aufnahmen enthalten, deren Anteil an der Gesamtspieltauer der Veröffentlichung mindestens 50% betragen muss. Im Vorjahr eingereichte Produkte dürfen nicht erneut eingereicht werden. Jede Einreichung besteht aus drei Teilen. Dem Einreichungsformular, mindestens zwei Rezensionen und 12 CDS-DVDS. Es können von einer Firma beliebig viele Einreichungen erfolgen. Darüber hinaus kann jede Einreichung für beliebig viele Kategorien vorgeschlagen werden. Für jedes eingereichte Produkt wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 50,00 Euro erhoben. Wird ein Tonträger für mehrere Kategorien eingereicht, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Eine Jury wählt aus den Einreichungen für die einzelnen Kategorien den jeweiligen Preisträger mit einfacher Mehrheit. Gegen die Entscheidung der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung im Einreichungsverfahren oder auf die ausgelobten Preise existiert nicht. Veranstaltungen Preisträger Bevor 1994 der ECHO-Klassik als eigene Preisverleihung etabliert wurde, wurden bereits 1992 und 1993 bei der ECHO-Pop-Verleihung die besten nationalen und internationalen Künstler im Bereich der klassischen Musik. Ausgezeichnet Mehrfachgewinner Weitere Rekorde Thomas Kvastow Erstmals und bis heute letztmals gewann ein Künstler drei Preise an einem Abend. Siehe auch ECHO ECHO-Jazz ECHO-Pop ECHO-Produ destroyed ECHO-Alabieren